Herzlich Willkommen zu Stellaris Angespielt, hier in der Bildergalerie. Ich heiße Michael. Angespielt heißt bei dem Spiel wahrscheinlich 40 Stunden. Wir werden einfach mal schauen. Wir machen weiter. Irgendwie hatte ich doch gerade herausgefunden, dass es einen Planeten gibt, auf dem ich noch viel lieber siedeln würde. Hab's schon wieder vergessen. Hier, fett. Mach mal. Zeit läuft und es geht weiter. Geschwindigkeit erhöhen. Forschung, wie sieht's aus? Was ist denn hier los? Oh ne, hört mal auf. Trümmer analysiert. Haben die Trümmer analysiert, blaue Kristallkondensatoren. Ja. Das muss ich mir selbst nochmal irgendwie zu Gebüte führen, wie das eigentlich gemeint ist, was das mir wirklich bedeutet. Neuer Kontakt. Was ist denn jetzt los? Äh, was ist denn hier los? Oh, die sind nur noch relativ groß. Wir haben schon drei Sachen. Okay, ich muss mal ein bisschen in die Spur kommen. So kann das nie weitergehen. Und ich brauche glaube ich mal weitere Forscher oder sowas. Wo war das? Kann es mir jemand sagen? Anomalyse gefunden. Hm, schön. Doch, schön. Alles total schön. Konstruktion ist schön. Anomalyse gefunden. Los, erforscht das. Hier gab's ja nix. Nix, nix und wieder nichts. Also ich glaube hier hab ich's tatsächlich alles. Äh, Jupiter. Jupiter, ja. Und das ist die Io-Berbbaustation. Ja. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Merkur. Läuft auch. Zeit läuft. Jetzt baut das nächste Kolonieschiff. Was ist denn hier los? Equiprianers. Klar, Sonnensegler. Im Obit von... Jetzt müssen wir da doch mal hingucken. Hier haben sie irgendwas entdeckt. Im Obit von... Ushminaria 1. Wer ein verlassenes Sonnensegelschiff gefunden ist. Unter Lichtschiff wurde von einer unbekannten Kultur gebaut. Und scheint mehrere Jahrtausende alt zu sein. Eines der gewaltigen Segel hat einen großen Riss. Wo es von einem Objekt durchschlagen wurde. Ja, das Fragezeichen ist ja super. Höchstwahrscheinlich einem Meteorit in dieses Zusammenstoß scheint das Schiff unbrauchbar gemacht zu haben. Die Technologie ist zwar stark veraltet, aber hinsichtlich seiner Konstruktion wurden einige interessante Entscheidungen getroffen. Los, wo? Halt, halt, halt. Und? Wieso denn? Wo ist das? Versteh ich jetzt nicht. Das ist mir jetzt doch nicht ganz klar. Wo soll das sein? Botschaft etabliert? Na, dann mach das mal. Ich bin ja jetzt nie direkt Feind. Selig. Noch nie. Das wäre mal irgendwie ganz nett. Hier wäre vielleicht... Situationsprotokoll... Friedhofsexpedition? Also... Kann man mal machen. Bergbaumandat. 054 Bergbaustationen bauen. Na klar. Mal eben, oder was? Müsste man ja hierher. Aber es kann jetzt sitzen hier. Karge Welt. Unbewohnbar. Wissen wir noch nie. Geschmolzene Welt. Total super. Geht gar nicht hier vielleicht. Karge Welt. Unbewohnbar. Unbewohnbar. Müsste man vielleicht irgendwann mal terraformen den Scheiß. Aber dann... Und hier vielleicht? Unbewohnbar. Bei uns läuft die Wahl. Ja, der Kandidat tritt mit einem Mandat am... System Survey complete. Ganz kurz. Kann ich hier irgendwas machen? Waltrick den Hullers. Ist das nicht hier unsere... Meine Forschungstante? 22 Prozent. Ne, dann mach ich mal noch nicht. Nichts mit, da einigen wir uns mal auf. Tut nix. So, achso. Ist das hier fertig? Ja. Wie sieht's hier aus? System erkunden. Schauen wir einfach mal weiter. So, was haben wir denn hier? Baut noch fleißig an dem Kolonieschiff. Absolut. System erkundet. Ja. Gut. Wo ist eigentlich die Flotte? Irgendjemand kaputt? Nö. Niemand kaputt. Wo ist denn der Feind? Ach, dort oben. Wieso ist denn jetzt... Das alles den Affen? Affen. Weil die irgendwas gebaut haben bestimmt. Kann ich denn... Hier, kann ich denn hier... Wo ist mein Konstruktionsschiff? Konstruktionsschiff ist dort. Hat eh nichts zu tun. Fliegt da mal hin. Aus dem Posten bauen. Dann muss es wohl mal sein. Offensichtlich ist das die Option hier ein bisschen an Gebieten zu gewinnen. Das werde ich dann auch gleich mal machen. Ja. Vielleicht ist ein zweites Konstruktionsschiff bald mal angesagt. Wie sieht's auf der Oberfläche aus? Was könnte man noch gebrauchen? Mehr Mineralien werden super. Da ist aber keiner. Hier, mehr Mineralien bauen. Was baut... Äh. Fehlt's natürlich. Produziert. Produziert. Grenzklinik, Hydrokulturraum, Kraftwerk werden. Bergbaunetzwerk. Okay. Mandat unerfüllt. Ja. Bestens. Hier bauen wir dann mal alsbald so eine Minenangelegenheit hin. Kann ja eigentlich nie mehr lange dauern. 60 kommt schon, läuft. Special Project complete. Was? 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 Kannst du schweigen von zielgerichten Bewegungen? Und doch tut sie es. Die Videoüberwachungen. Situation Log updated. Ja, ja. So, hier bauen wir mal ein Bergbaunetzwerk. Ja. Gibt's hier noch irgendwo was? Hier könnte man dann noch was bauen. Ja, ich muss die... Ich muss den Planeten mal aufrüsten. Das ist jetzt wirklich langsam eng. Ähm, Herr Herrscher gewählt. Ja. Waltrick den Hulos. So, wo ist hier mein Schiffchen? Ihr baut. Sehr gut. Und dann wird es hoffentlich... Construction complete. Was ist complete? Das Kolonieschiff fliegt direkt hierher. Den Planeten holen wir uns. Das ist die Flotte Invictus. Und dann haben wir hier irgendwas... Research complete. Das ist uns interessiert. Halt! Das ist wichtig. Xaneric Confederation hat Galactics Vuxaliop Nation zu den Rivalen erklärt. Okay, wer ist denn hier wer? Ähm, das muss ich mir noch merken. Die da finden die ganz scheiße. Hä, hä. Okay, das finde ich gut. Weil die will ich sowieso irgendwann mal platt machen. Aber vorher muss ich noch ein bisschen... Ein bisschen rumwirken. Wie lange dauert die Konstruktion hier? 33 Prozent. 34 Prozent. Ja, da muss ich mal ein bisschen Zeug investieren. In der Tat. Ich muss jetzt mal dafür sorgen, dass die Grenzen einfach außen... Anomaly found. Anomaly found. Halt! Irgendwas mal mit Forschung. Rivalität ist gut. Das ist gut. Sozialforschung ist fertig. Forschung. Grenzreichweite schaltet. Reduziert die Kriegs- und Forderungskosten. Planetabtruck. Hm, okay. Biolaboren. Neuer Erlass. Dieser Erlass führt zur aggressiven Wirtschaftsförderung. Für positive und quantitativ bestimmte Nahrungsmittelproduktion dauert 10 Jahre. Nicht schlecht. Neu, nicht schlecht. Mach' ma' ma. Los Leute, 16 Monate. Wir brauchen die Gauss-Geschütze. Und wir brauchen die Gauss-Geschütze. Das ist eigentlich alles, wo es ankommt. Rivalität. Naja, das ist mir völlig rätsel. Naja, das dauert hier alles noch ein bisschen. So, wo ist mein Kolonieschiff? Hier oder was Fettes? Shared. 22, tropische Welt. Finde ich gut. Karge Welt interessiert nie. Und Gasriesen interessiert auch nie. Hier vielleicht noch was? Gefrorene Welt. Shared. Das Primat. Erfordert Kolonisierung Tropenwelt? Äh, na. Hab ich nie. Warum hab ich das noch? Nee, das ist ja schlecht. Na gut, dann müssen wir auf jeden Fall noch mal woanders hin. Gab's hier irgendwas von Interesse? Nies, dass ich wüsste. Gasriese, Gasriese. Das sieht man doch auf den ersten Blick. Ähm. Mordern. Nö. 20% arktische Welt. Könnte man schon machen. Könnte man noch ein bisschen Zeug abnaschen. Zum Glück, vorne Welt. Mordern 3 wäre also okay. Mordern 3. Gab's hier irgendwas Interessantes? Nope. Nuschte. Sirius 3. 75% kontinentale Welt. Sirius 3 ist jetzt... ... ... ... ... Und wo ziehen wir hin? Wir ziehen auf jeden Fall hierher. Das finde ich gut. Okay. Ich brauche unbedingt mehr... Sozialforschung 0. Einfluss. Wo ist Nahrung? Wo ist Nahrung? Nahrungsüberschuss. Hier muss definitiv... ... ... ... ... ... Situationsüberschuss. ... ... ... ... ... Situation log updated. Was passiert eigentlich Eigentlich Energie brauchst du auch. Okay Aber jetzt endlich mal So das hat also erst mal nichts gebracht. Das Konstruktionsschiff. Aufbaut mal bitte. Kann ich hier aus dem Posten bauen? Was? Hab ich mal ein Forschungsschiff? Ja, hier ist der Panner. Es gibt tatsächlich noch Planeten, die noch niemandem Ansatz erfolgt. Ganz großartig gemacht, Michael. Aha. Aha. Okay, hier haben wir uns jetzt ein bisschen vorgearbeitet. Und hier. Beta-Aliens. Ach so. Halt. Ich rekrutiere ich mal einen neuen Wissenschaftler. Ein Mädchen finde ich gut. Zack. System erkunden. Okay. Ihr baut hier. Gesprengte Ketten. Halt. Eine Reihe von Individuen, die der nicht führenden einheimischen Bevölkerung von zweites Licht 3 angehören. Haben sie irgendwie in einen abgesperrten Bereich am Rand unserer Kolonieschaft. Sie kannten zwar innerhalb weniger Stunden in die Flucht geschlagen werden, aber vorher beschädigten sie noch mehrere Interstellar ab. Links, die unsere Währungstransfer. Unsere Währungstransfer. Wir sehen jetzt mal ein Konstruktionsschiff. Und das ist da. Ach so. Hier gibt's ja gar nichts. Schlecht. Gibt's hier was? Eine giftige Welt. Gar nicht mal so toll. Wir haben. ach das ist dann schon euer gebiet mein gott ich muss mich auf jeden fall ausdehnen ok aber hier auf shared hat das auf jeden fall was gebracht da gab es doch auch einen planeten die ich konnte erfordert ein kolonieschiff von hotstars also dann das nächste hier gab es nix trotzdem hin geht eigentlich gehen diese tippen seit mir ist euch okay mordom ist das nächste wo ich hin muss ansonsten will ich einfach zu viel boden und habe dann am ende einfach zu wenig platz dazu muss man hier ein bisschen was passieren ich brauche jetzt energie naja ich brauche einige sachen halt so wie sieht es denn hier aus research complete so das chaos geschützt wurde erforscht ja forschung auswählen neuer schiffstyp zerstörer brauche ich bergbau nein nein ich brauche das da ganz klar das wird eine ganze weile dauern die kassi allianz ok da geht es jetzt so langsam zur sache das sind doch die da oben naja freunde naja freunde wir werden also sehen jetzt wird schon langsam spannend was ist so passiert kann man die dinge eigentlich schüttet kann man eigentlich nix machen ein bisschen mehr energie wäre super oder vielleicht gibt es hier noch irgendwas wo leer ist das wäre schon ganz geil ja ein bisschen energie wäre auch gut und ja mehr mineralen genau guter CO3 Strom hm nein ich guck mal kurz wie sieht es mit der nahrung aus übersteckend schluss ist da ok dann bauen wir das auf jeden Fall hier dann bauen wir das auf jeden Fall hier so wie sieht es mit Armeen aus alle entsenden für die Angriffsarmee 60 aha kann man dann schon machen gut brauche ich dafür einen Transporter will es nur noch nie repariert euch mal wo rego naja dann wird es jetzt langsam nämlich ein bisschen eng viel mehr kann ich da nämlich nie machen viel mehr kann ich dann nämlich langsam nicht mehr machen na also serious na also are you serious halt irgendwas ist passiert Feinfloot in der Nähe wo denn wo denn wo denn Marathon hm 150er äh schlecht meine Flotte ist hier oben ist meine Flotte auch nie ne jetzt wieder her die verpisst euch wieder ist nicht ok ok die verdrücken sich hier gibt es auch was zu holen auf jeden Fall hier gibt es hier auch Planeten der sieht wohl da aus graben der ist ja der ist ja 20% ne arktische Welt toll hm 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 nicht alles erkundet aber das sieht auch nicht so top aus naja ist egal man muss halt nehmen was man kriegen kann das ist in diesem Weltraum spielen irgendwie immer das gleiche andere Chancen hat man nie ich könnte jetzt vielleicht an meinem Korvetten Design mal ein bisschen rum basteln aber das werde ich dann in der siebten Folge machen und würde das jetzt hier erstmal beenden haben wir irgendwas erreicht eine neue Kolonie auf Sirius gut den wollte ich eigentlich noch umbenennen Sirius ich will nämlich mal so um und wo warst du mein schickere Planet das ist die Flotte hier der Planet wird jetzt mal so unbe- unbenannt und was können wir hier machen können wir hier schon irgendwas machen kein Gouverneur ändern also das mache ich jetzt noch ne das mache ich in der nächsten Runde ich verabschiede mich danke fürs Zuschauen nicht so viel passiert keine Kämpfe kein nichts nur irgendwelchen Leuten hinterher gerannt was soll es die anderen beginnen rumzuspinnen und man muss sich so langsam Gedanken darüber machen wie man den Feind bekämpft und sich weiter ausbreiten kann dann noch geht es mit Kolonieschiffen obwohl die Planeten nicht ganz so gut sind aber das werden wir sehen dann in der siebten Folge von Stella Inter naja ihr wisst schon Bescheid bis dahin sagt auf Wiedersehen Tschüss hier in der Bildergalerie bis zum nächsten Mal